Ja! Wir haben einen König, oh la la, König und Laura. Dankeschön. Oh la la, wir haben einen König, oh la la, König und Laura. Harte Kampus, danke schön. Lach am Hut, er klar haben. Dankeschön, super. David, ich hab an dich geglaubt. Danke. Pippi, Kettiger, los. Komm mal, Pippi, wenn wir ehrlich sind, ich danke, ich danke dir. Den werde ich haben. Alles Gute. Führen wir dein Volk von Not hier durch die Ecke. Ich werde mich bemühen. Ich danke, danke, danke. Komm, hier, guck mal, einmal. Dankeschön. So, das ist doch mal ein süßes Bild. Wir danken erstmal den ganzen Schießoffizieren, den Jungs, die da oben gestanden. Unserem Ludger, er hat den Spitznamen, der König, mach auf. Und, was ganz wichtig ist, ich danke im Namen des Vorstands und des Schützenvereins, allen Schützen, die sich heute am Stechen beteiligt haben. Haku, Haka, Haku, 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 Haku. Rainer Ebers, Michael Wehmdrecht, und Joseph Wolbe. Bravo! Ein herzliches Dankeschön. Aber ihr könnt nächstes Jahr wiederkommen. Rülsere Musik. Oh, David, you will lose it. Oh, David, you will lose it. Oh, David, you will lose it. Oh, oh. Oh, oh. Wir haben ein ganz spannendes Stechen gehabt um die Königswürde und ich darf dafür auch unseren Schießleiter Major Luzia Fahrepohl danken mit seinem Team und er wird jetzt den neuen König bekannt geben. Liebe Schützfester, liebe Schützfüger, wir haben einen neuen Schutzkönig 2015-2016. Es ist unser Hauptgefeierter, David Nebihüsen. Wir haben einen harten Kampf gerade erlebt, unten in der Schützenhalle. David, nimm die Hände aus der roten Tasche, du bist jetzt der König. Wir haben einen neuen König im Königreich Mühlkore Erdendorf, David Nebihüsen mit seiner Frau Birgit. Lieber David, liebe Birgit, wir hatten so viel Anwärter unten, aber Oranje war boven. Er war oben auf. Die anderen haben alles gegeben. Er war oben auf. David, Gratulation. Vielen Dank. Vielen Dank.